Herzlich willkommen hier bei uns in Bielefeld in Ostwestfalen, Matteo Klimovic. Schön, dass du da bist. Sag uns doch mal, warum ist es jetzt Arminia Bielefeld geworden? Vielen Dank. Ich habe mit Leuten von Bielefeld gesprochen, mit Trainern und ich habe eine gute Möglichkeit gesehen. Hier bin ich. Sehr gut. Du bist variabel einsetzbar, hast zuletzt in Stuttgart viele Positionen besetzt. Wo fühlst du dich denn so richtig zu Hause? Ja, Positionen, die ich immer gespielt habe, sind die Nummer neun Stürmer. Aber ich kann auch auf acht spielen. Ich kann auch gut spielen. Sehr gut. Herzlichen Dank, Matteo. Schön, dass du da bist und viel Erfolg. Vielen Dank.